Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ist es da in Ernst? Jedes Mal die gleiche scheiß Ansage? Was soll ich denn sonst machen? Überleg dir was, lass dir was einfallen oder frag deine Community mal. Community, das ist das Stichwort. Genau darum soll es heute gehen. Und zwar möchte ich mich einfach mal dafür bedanken, für die vielen Leute, die meine Videos anschauen und meinen Kanal verfolgen. Mittlerweile sind es glaube ich 225 Leute. Und ja, ich hätte nie gedacht, dass es so viele werden. Natürlich ist es jetzt nicht so viel, wie ein Dehner oder ein Unge hat. Aber hey, wenn alle meine Abonnenten zu einem Treffen kommen würden, müsste ich schon einen riesen Saal eigentlich anminken. Und das ist schon eine recht coole Sache. Und deshalb möchte ich mich bedanken. Außerdem möchte ich eure Meinung wissen. Ich möchte wissen, welche Formate ihr zukünftig auf meinem Kanal sehen wollt. Welche euch nicht zugefallen haben. Ich denke, da zählt definitiv die WhatsApp-Paste dazu. Denn die sind relativ negativ angekommen. Was ich euch aber definitiv sagen kann, es würde auf meinem Kanal kein Chat-Toilette mehr geben. Denn mir macht das einfach keinen Spaß. Und wieso soll ich ein Format produzieren, was mir keinen Spaß macht? Das ist ja ein Spaß. Ich möchte in Zukunft, ich für mich, ich habe da zwar noch nicht so die mega geilen Ideen, aber ich möchte in Zukunft eher so Kurzfilme produzieren. Also so lustige, thematisierte Kurzfilme, aber natürlich auch weiterhin Vlogs, Training, Kochen etc. Ich möchte einfach viele verschiedene Sachen produzieren. Nur der Punkt ist, ich muss dazu wissen, was euch gefällt, was ihr sehen möchtet. Denn ihr seid meine Community. Und ihr habt bestimmt, was läuft. Ich bin schon sehr gespannt, was ihr mir unten in den Kommentaren schreiben werdet. Was ihr sehen wollt. Ja, zum Schluss bleibt mir noch zu sagen, es wäre cool, wenn ihr mal meinen Instagram-Account abschicken könntet. Und mir da folgt. Außerdem, vergesst nicht, wie immer einen Daumen nach oben hier zu lassen und mich da oben zu abonnieren. Bis dahin verabschiede ich mich. Bis dahin verabschiede ich mich.